Hi, hier ist wieder Chris mit einem weiteren Tutorial für euch und zwar im Bereich Excel. Ja, hier in diesem Tutorial will ich euch mal die Funktion eindeutig zeigen. Damit könnt ihr nämlich aus einem Bereich, wo die gleichen Einträge auch mehrfach vorkommen könnten, nur einmal ausgeben. Das heißt, ihr bekommt von jedem Eintrag, auch wenn er mehrfach vorkommt, nur einmal zurück. Die zweite Möglichkeit ist, sich nur Daten anzeigen zu lassen, die nur ein einziges Mal vorkommen. Das ist auch möglich, also die zweite Variante sozusagen. Und ich werde euch mal zeigen, wie das funktioniert. Ich habe hier Abteilung, Maschine und man kann die Eindeutig-Funktion natürlich auch über mehrere Spalten oder auch Zeilen, je nachdem wie ihr das anordnet, benutzen. Allerdings ist dann immer die Kombination wichtig. Wir fangen aber mit dem Einfachen erstmal an, erstmal nur mit der Abteilung. Das heißt, ich kippe ein Gleichheitszeichen ein, gleich, damit die ganze Sache rausgeführt wird direkt und dann schreibe ich Eindeutig. Wenn ich Einschreibe, dann wird mir eindeutig schon blau unterlegt und wenn ich die Tabulator-Taste drücke, wird mir das ausgefüllt. Wenn man das, oder wenn ihr das hier erkennen könnt, ganz klein natürlich, seht ihr, es gibt ja einmal die Matrix als Parameter. Das ist der Bereich, den wir gleich aufziehen werden. Und danach sind die Parameter optional. Also die muss man nicht benutzen, aber ja, kann man. Und das werden wir auch gleich einmal machen für die zweite Variante. Also, nach der geöffneten Klammer wähle ich mal nur die Abteilung aus. Ihr seht, die kommen hier auch mehrfach vor. Und wenn ich jetzt die Klammer schließe, was ja ausreicht, kann ich jetzt Enter drücken. Und wir werden die Abteilungen so aufgelistet, dass sie wirklich nur ein einziges Mal erscheinen. Wenn wir das Ganze jetzt über zwei Spalten machen, dann müsst ihr natürlich wirklich darauf achten, dass es um diese Kombination dann geht. Das heißt, ihr seht ja hier Abteilung A, Maschine 1, Abteilung A, Maschine 1 kommt zweimal vor in dieser Kombination. Aber A2 wäre dann auch ein eindeutiges Ergebnis. Also das heißt, es gibt einmal A1 und einmal A2 und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei eindeutig den Bereich einfach ein bisschen vergrößere, hier entweder über die Antklasse ein bisschen vergrößern oder das Ganze markieren und nochmal aufziehen, könnt ihr so oder so machen, funktioniert ja beides. Also wenn ich das jetzt markiere und Enter drücke, dann seht ihr, ist die Liste natürlich länger. Aber die Kombination, die kommt nur ein einziges Mal dann vor. Das Ganze könnt ihr natürlich über noch mehr Spalten machen, wenn ihr wollt. Und dann kommt es natürlich auf diese Dreierkombination an. Aber ich denke, das brauche ich nicht nochmal extra zeigen. So, ihr habt gesehen, relativ simpel. Was ich jetzt machen werde, wir werden uns jetzt mal das raussuchen, was nur ein einziges Mal hier erscheint. Wenn ich hier nur Abteilung auswähle, dann dürfte nur das E zurückgegeben werden. Und das wird folgendermaßen gemacht. Nach dem Bereich, den wir hier haben, und den wollten wir ja gerade verkleinern. Ich mache das jetzt hier wieder ein bisschen kleiner. Nach dem Bereich, den wir hier haben, geben wir wieder ein Semikolon ein. Dann kommt der Parameter, wo wir angeben müssen, ob wir eindeutige Spalten oder eindeutige Zeilen zurückgeben lassen wollen. Wir haben hier ja eindeutige Zeilen, die wir zurückgeben lassen wollten. Wenn wir hier zum Beispiel falsch eintragen, also wahr oder falsch gibt es hier. Oder ihr könnt auch 0 und 1 dafür eintragen. Und eindeutige Zeilen wird wahrscheinlich auch der Standard sein. Theoretisch könnten wir jetzt hier auch eine 1 eintragen oder auch gar nichts. Dann wird halt der Standardwert genommen. Das heißt, ich gebe ein Semikolon ein. Und jetzt kommt die Abfrage, ob wir nur Elemente zurückgeben wollen, die genau einmal vorkommen. Oder ob wir jedes unterschiedliche Element zurückgeben wollen. Das ist der Standard. Wir werden aber jetzt den ersten Punkt nehmen. Ich klicke hier einfach mal doppelt drauf. Dann bekommen wir wahr raus. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann sollte nur e erscheinen. Und das ist auch so. Vergrößere ich jetzt allerdings wieder diesen Bereich auf diese beiden Spalten. Zack. Dann wird nur das zurückgegeben, was hier auch in Kombination genau nur einmal vorkommt. Und wenn ihr hier genau schaut, dann seht ihr hier auch bei a eine 2. A2 in dieser Kombination kommt hier nur einmal vor. Das gleiche für b2 und d2 und so weiter. Und e0 ja sowieso. Das heißt, wenn ich jetzt ein Enter eindrücke, wenn ich jetzt ein Enter eindrücke, wenn ich jetzt Enter drücke, dann seht ihr, kommen halt auch genau diese Spalten hier zum Vorschein. Also relativ cool, wenn man das für irgendwas braucht. Der zweite Parameter hier ist auf jeden Fall dafür da, ob ihr das halt nach Zeile oder Spalte machen wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt das Ganze in eine andere Richtung macht. Ich mache einfach jetzt mal hier so a, b und c. Und meinetwegen, ja hier nochmal ein c von mir aus. Und dann 1, 2 und 1, 2. Ne, hier mache ich eine 1 hin so. Das heißt, bei c kommt dann in der Kombination das nur einmal vor. Aber ich zeige das mal ganz kurz hier an einem Beispiel. Ich gebe ein Gleichheitszeichen wieder ein, schreibe eindeutig, Klammer auf. Dann der Bereich hier wieder. Und wenn wir jetzt Enter drücken oder Klammer zu machen und Enter drücken, würde das nicht funktionieren, weil wir jetzt auch den zweiten Parameter brauchen. Weil hier müssen wir dann eingeben, nach dem Semikolon, dass wir eindeutige Spalten zurückgeben lassen wollen. Ich klicke hier mal doppelt drauf, dann kommt hier wahr raus. Klammer zu, Enter gedrückt und ihr seht, wir bekommen hier eindeutig die Namen zurück. Also aus der Liste, wo die Namen halt mehrfach vorkommen, bekommen wir das halt nur ein einziges Mal zurück. Und wenn ich das Ganze über die Kombination mache, das heißt, ich nehme einfach den ganzen Bereich und mache das hier ein bisschen größer, drücke Enter und dann seht ihr, bekommen wir alles zurück, weil die Kombination ja auch nur ein einziges Mal vorkommt. Also relativ easy. Das Coole ist, das Ganze ist natürlich wieder dynamisch. Das heißt, wenn ich hier eine 1 eintrage, dann haben wir ja C zweimal in dieser Kombination. Ich mache das einfach mal und ihr seht, hier verschwindet der Eintrag schon mit der 2. Und das Ganze hat sich entsprechend verkleinert. Mache ich jetzt hier auch nochmal ein C draus, dann haben wir das sogar dreimal. Dann seht ihr, dann wird die Liste noch kleiner und wir haben nur ein einziges Mal A1. Das heißt, wenn ich jetzt hier als dritten Parameter, also bei der Abfrage, ob das genau einmal vorkommen soll oder nicht, können wir das jetzt auch eintragen. Ich gebe ein Simikolon ein. Hier kommt wieder Elemente zurückgeben, wie genau einmal vorkommen. Oder so wie das jetzt gerade eingestellt war, jedes unterschiedliche Element zurückgeben. Das heißt, wir nehmen den ersten Eintrag. Den kann man nicht nur mit einem Doppelklick auswählen, sondern auch mit der Tabulator-Taste. Wenn das blau unterlegt ist, ich drücke die Tabulator-Taste, dann kommt war zurück. Und wenn ich Enter drücke, dann bekommen wir nur A1 zurück, weil das einmalig in dieser Kombination von zwei Zellen jetzt vorkommt. Und dementsprechend genau dieses Ergebnis. So, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, der eine oder andere kann die Infos gut gebrauchen für seine Projekte. Würde mich natürlich freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wiedersehen. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.